moin moin leute hier auf SAG inside mein nick ist der raptus und ich will euch heute altes live präsentieren das ist eine armer 3 mod die ihr euch ganz leicht runterladen könnt indem ihr armer 3 runterladet und dann einfach ein altes live server joint und dadurch wird automatisch runtergeladen das ist nicht wie bei der sie dass man 1000 sachen installieren muss von außerhalb und am ende funktioniert es doch nicht also ist wirklich leicht zu installieren ja was macht man da so man hat ein bankkonto und man versucht das bankkonto zu füllen indem man jobs erledigt wie äpfel pflücken auf legale weise oder diamanten abbauen auf legale weise aber auch auf illegale weise kann man sachen kann man viel geld machen halt durch coca abbau zum beispiel coca pflücken dann zum prozessor bringen dann zum dealer bringen und dann hat man vielleicht das große geld aber in der regel wird man überfallen also muss man sich spuren was kann ich noch dazu sagen es ist so sandbox mäßig ihr seid halt in der altes welt die ist halt riesig also wirklich riesig wer der setzt spielt weiß was ich meine und ja da kann man halt machen was man will im endeffekt man sollte sich die server regeln vor durchlesen die sind auf jedem server anders sollte diese halt befolgen wohl play und so man darf nicht einfach sich eine waffe schnappen und herumrennen und alle leute erschießen so geht das nicht da kann man ganz schnell ein bank kassieren aber wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat die regel ein bisschen verinnerlicht hat macht es schon gewaltig spaß weil man immer wieder was zu tun hat und sich immer wieder was neues ausdenken kann die leute sind total verrückt im guten wie im schlechten ja und also was halt jedenfalls sind wir in rebel city gespawnt man kann sich das am anfang aussuchen dann hatten uns leute angesprochen hier wollt ihr nicht mitmachen beim banküberfall und wieso ja warum eigentlich nicht dann habe ich mit meinem team zugesagt wir sind mit aufgestiegen und da ging das eigentlich schon los haben uns halt waffen vor versorgt der plan stand nicht so richtig fest alles ein bisschen durcheinander und so ist es auch geendet und zwischendurch wollten uns noch jemand verpetzen aus unserem eigenen team scheinbar ist rüber gerannt und klar kann immer mal passieren was sollst das liegt nicht am spiel wurde dann getaste der typ von der polizei und ich vermute mal danach hat er palabert aber wir haben halt das bestmögliche rausgeholt ich öffne da gerade die karte da sieht man dass halt die polizei schon da war weil gerade banküberfall schon stattgefunden hatte auf die federal oben links müssen wir hin auf die insel und ja dann müssen wir zum tresor hin dann müssen wir da ein paar minuten warten und dann kriegt man normalerweise das geld es ist nur lustig weil vom geld hin lohnt sich das überhaupt nicht wie viele leute wie genau sind kann ich euch gar nicht sagen und jetzt will ich auch gar nicht weiter nerven sondern guckt es euch einfach an habt spaß daran bis zum ende und ja in diesem sinne abonniert srg inside ja nicht zu vergessen und vielleicht kommen wir demnächst neue videos wenn ich ein paar kommentare kriege hauen sie rein viel spaß noch tschüss bitte zurückkommen bitte zurückkommen der ist direkt zu den bullen gelaufen der erscheuert das verräter verschießt ihn nicht der ist alles voll polizisten kann man ja nicht wir müssen warten bis sie wachsen der bruchte bei mir ist ich will nur den händler einen schwerer ansatz ich will jetzt gar nicht verlaufen und kann man alles einnehmen der will da einfach drinnen bleiben oder was na gut ihr könnt uns nicht nur durchschließen wenn man gut sein das kacke ist das gebäude was sie hier haben das steht normalerweise da auch nicht das kacke ist das gebäude was sie hier haben das steht normalerweise da auch nicht da alter halt wann steht denn hier steht denn hier im bunker noch ey denn jetzt außerhalb von den händler der ist im letzten moment da nicht ja bei mir auch ey die bullen hinter uns die bullen hinter uns ja alle direkt hinter euch bullen alle rausspringen da hier fritz raus auf die bullen schießen soll ich auf dich schießen raussteigen alle raus und vom herr mit weg und vom herr mit weg ich mach dich vom herr mit weg alle vom herr mit weg alle vom herr mit weg rennen rennen wir halten euch über die verhalten und sie zu uns 2 solltet trotzdem jemand gehen versuch trotzdem mal in deine position 2 zu kommen die sollte besetzt sein ich bin auch einer wurde getroffen hey deckt euch gegenseitig jungs wohin rennen die einen dann ich hab von endlich die brücke ist dicht die sind alle beim tresor drin die bullen sind hinterm tresor zwei bullen wer ist denn der geht von mir ein hinter messias bitte hinterher zu position 2 ich hoffe mich knackt jetzt krieg ich den bullen weg justus justus kannst du mit messias mit rennen auf position 2 vielleicht oder oder mach die bullen erstmal da hinten fertig in der kleine hütte in der hütte in der hütte rechts von der bank ein bullen rechts von der bank in der hütte holzhütte so weißt du wie die gerade kotzen ok ich hab ausgerannt ich bin tot du bist direkt vor mich gerannt ey das war also überhaupt nicht geplant warum kommen die jetzt schon warum sind die warum wer ist tot jetzt gerade wer ist da hinter uns einer im wasser und siebel ist loki loki ist in Ordnung so nerven hier seid 1 2 3 4 5 6 7 9 gegen 2 polizist dann position einnehmen und anfangen wir müssen dann kommt mal bitte jemand zur politik 2 mit bin auf dem weg bin auf dem weg aber noch jemand ich sehe die position alle gar nicht ja das ist ein du musst gib die nochmal neu schnell also man kommt äh position nimmt es gut sonst sehen wir nicht komm nochmal im kassenhaus scheint alles klar zu sein bei uns da haben die uns jetzt wahrscheinlich hinfahren sehen die haben uns hinfahren sehen ja bitte einer mit position 2 ja bin bei post 2 einer rein da ist noch jemand bei position 2 oder einer ich werde sie ja sprechen mal jemand persönlich an dass einer zu dir kommt ja ich komme ich komme von guten schützen zu meiner position siehst du jetzt die position 2 ich habe sie nochmal markiert ok cool gut muss ich halt über die brücke laufen ich werde die werten die bullen werden an mir vorbei wahrscheinlich machen sie hat über die brücke laufen ne oh jesus gott ja ja der marsch der welt war das einziges doof oder man der sloper steht da einfach rum unbewaffnet und guckt uns zu das ist geil spy 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 ja wer schießt da was war ja das war ich warum ich wollte die scheiß laternen da hinten ausmachen sag schloppe er sollte sich verpissen oder er fängt sich eine kugel Achtung da ist einer lass den sollen wir den abschießen ja er sollte sich verpissen der spight nämlich wenn er nicht reagiert kriegt er eine kugel der spight in den kopf verpiss dich oder ich knall dich ab Arschloch verpiss dich du Arsch mach die Tresor beginnt mit dem Tresor verfickte scheiße ja ich geh ein Fahrzeug ich geh ein Fahrzeug Leute geht mal einer bitte zum Tresorraum und geht da ran der Bullenwagen kommt Bullenwagen macht vorbei Hatchback geht jemand rein zum Tresor Endless Endless Achtung Bullenwagen kommt Bullenwagen kommt ich mach die Panzervorstellung an schlafen dieses scheiß Ding jetzt weg ja mach das er dreht um er ist ausgestiegen er ist ausgestiegen ist im Haus ja ja da neben was ist das hast du denn erwischt keines nicht geil treffer daneben ja er ist weg ey raps nur die kommt los geht ich geh nicht zu euch ich schwimm auf dich zu aber Cooper wird gleich kommen da hinten kommt ein Pickup die machen genau an mir vorbei ist das kacke was ist denn das für ein Wagen Hunter oder Strider Achtung Boot kommt da oh scheiße gleicher Richtung oben kommt was ich sehe es oh die haben den Stridergoot Duke that came oh scheiße die kommen mit dem Panzerwagen hey ich werde beschossen scheiße die haben den Panzerwagen die haben das Boot rausgeholt wenn ihr das Boot knackt ist hinten jemand hinterm Tresor sie sind im Gebäude sie sind im Gebäude sie sind im Gebäude meine Position ist verbrannt ich kann jetzt nicht mehr schießen die können nicht mehr kommen okay Achtung hinter hinten Pilot hau ab Pilot hau ab ja wir brauchen die hinter Luft ich bin jetzt in Deckung ich bin in Deckung Leute werden die Granate geworfen scheiße das Boot schießt Granaten das Boot schießt Granaten Achtung versucht das den Schützen im Boot zu killen wechselt sofort eure Position danach ist hinten jemand der hat ein Infrared ich habe das Gefühl hinten ist jemand die arsch nicht ob wir schießen ja das sind zwei von unserer Leuten Loki und Torito okay die sollten eigentlich auf unserer Seite sein sagen sie sie haben ja eben ganz komische Situation das war zu weit geschossen das Boot ich habe geahnt dass sie mit dem Boot kommen die haben gesehen wie viele wir sind das ist das Problem das ist Schrader da wer sieht bist du auf dem Dach ich bin nur auf dem Dach ja geht schon noch du kannst den Fahrer rausschießen wenn er sich bewegt oder wenn er hinten im GMG steht ist das ein gutes Ziel wenn er im Minigun wenn er am GMG ist ist das ein bisschen gut geschützt wo ist jetzt konkret das Boot wahrscheinlich hinten weit weg sodass wir sie nicht erreichen Achtung die beschießen das Haus ja die haben euch gesehen geh raus geh zum Hegel oh scheiße die haben ein Infrared ich war ganz hinten am Gebäude ganz hinten und trotzdem bin ich gestorben der hat ein Infrared ich glaube das ganze Haus zerstört ey soll ich noch mal nicht kommen oder ja bleibst du auch hat sich noch verwischt ich bin auch weg die Cops kommen raus die Cops kommen raus ich feuere nicht ich bleib auf Wachpost zwei Cops sind raus tja schade Luke da Cain und aber hier ist ein Polizist am Ding weiß ich hier an dem Panzerwagen scheiß er repariert er repariert gibt Sperrfeuerkost schade hat Spaß gemacht mit euch ach scheiße jederzeit wieder da haben mich noch nicht bemerkt da haben mich noch nicht bemerkt soll ich noch mal vorbeikommen hier hinter mir hinter mir hinter mir oh Quatsch Tresor hinten die holen der hat GMG rausgeschreckt Alter was Kanaten Kanaten die kommen zu mir die brauchen Hilfe hier hinten aber hier rennen noch hier trennen aber noch vier Polizisten rum das kann doch gar nicht sein auf der Insel ne werde beschossen werde beschossen ich habe ihn im Visier muss muss Position wechseln ich habe einen den den am Wagen von am Panzerwagen ja Endless da ist noch ich muss die Position wechseln ich muss die Position wechseln das war so klar die sehen wie viele wir sind und sie holen natürlich das Boot raus wir müssen aufpassen dass das Boot mich nicht sieht wenn es rumkommt ist hinten jemand auf der Insel von denen wenn die die bombardieren wird keiner drauskommt okay ach der weiß jetzt dass er da ist das schränkt ihn jetzt extrem ein dass er noch weiß dass er noch ein Schütze ist haben wir noch eine Heli-Kotter mit dem wir abhauen können ich bringe doch nichts in den Boot ja ich hole mir einen neuen wenn man auf dem Raum schießt ja aber das dauert ja wenn du richtig triffst ja und ich weiß nicht wie viele Minuten sind es noch zum Bankrauch zwei ich habe die Chance ja ich schieße mal ein bisschen aufs Panzerfahrzeug das kriegt ihr nicht das ist ein Medikärfahrzeug das ist ein Medikärfahrzeug wenn ihr den raus kriegt scheiße ich bin tot wenn ihr auf das Kanonenboot ja ich bin tot ist jemand dort ja da ist jemand da ist jemand ist in wird ihn leg ihn um gib ihn dann komm Steffen wir gehen wieder hin nach der Artikel ja aber ich bin auch tot wo ist der ja er steht zwischen den zwei Räumen wohl wahrscheinlich mit dem Boot abgesetzt einer Gerüche ich hole mir noch schnell was zu essen basic der Cooper hat mich getötet ach Cooper heckt mit dem Boot der Cooper hat auch getötet der ich glaube der drinnen war ja der hat jetzt drei Leute von uns gekriegt Fahrzeug kommt Offroader über die Brücke ja er versucht er versucht er versucht er kommt über die Brücke er fährt über die Brücke aber ich darf eigentlich jetzt mit dem Heli nicht von mir fliegen ja wenn du hilfst du das neue Leben darf ja ne es gibt ne 25 Minuten Regeln so ich bin beim ab 1 ist er drüber der Typ der mit dem Offroader ankam habe ich erwischt halten sich denn die Bullen an die Regeln ich habe nur ein ganz großes Problem ich habe keine Mission mehr für meine Waffe wie viel hast du gesprayt ne mein Problem war ich musste ich habe die falsche Waffe gehabt ich habe diese Waffe die ich vorhin gesagt habe wo ich gesagt habe ich brauche eine neue das war hier liegen Waffen hier liegen Waffen sehr gut ich krieg den Polizisten down gegangen und überhaupt und auch zwei von uns so alles Gute noch ich bin weg Bulle Bulle zwischen den beiden ja ich auch ich sehe ihn ab ihn ah knapp dir seine Munde beim beim Strider ist immer noch ein Bulle der steht dahinter ich habe ihn noch nicht gesehen darf ich jetzt eigentlich noch dazukommen wegen der Regel wir waren doch nicht beim Ausrauben eigentlich ja nicht nicht drauf ankommen lassen ich höre ein Heli brummt ja von der Hütte aus ich versuche ihn zu sehen aber er hat sich gut verstecke ich beschädig ja ja nicht mich du musst mich sehen ich könnte ihn gleich komm ein Millimeter komm ein Millimeter komm ein Millimeter ja ja wenn er jetzt ein Stück weiter vorkommt könnte ich ihn treffen Heli ich höre dich Zeit ja scheiße er hat mich gesehen guck mal er hat mich geschossen scheiße bin tot er hat mich gesehen er hat mich gesehen er hat mich hinten nach raus geschaut fuck hat scharf geschossen ja er hat das abgibt das besetzt ich muss mich leider von der Straße verziehen das ist langsam zu gefährlich ich will den Heli noch weg holen wegen Moment oder wegen wir fliegen ja ja steig ein werfen okay er sagt mal wisst ihr noch ob mein Heli noch ganz ist wer lebt noch auf der Himmel ja ja der Heli ist noch ganz weil wir fliegen jetzt mit einem anderen Heli weißt du dann würde ich mal ein Alpen nämlich da wieder einsteigen wenn er noch ganz ist weiß ich nicht da kommt noch ein Heli ich jetzt nicht tot also bin ich jetzt doch nicht tot also bin ich jetzt doch nicht tot hab ich jetzt doch nur gettaste oder was ja mich hat er auch gettaste eben noch geil ja unsere Fahrzeuge wow ich werd geschossen ich muss ein bisschen abhauen kein Wunder ich zieh grad wo ich mich hingehobbt hab das Team ah kack 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 hinten der hinten aua scheiße hinter der Steinmauer ist jemand der Jungs jeder der es überlebt nach dem Richter seid ihr eigentlich nö weiße kann ich mir naa okay mich hab er hat mich bin weg wo denn rechts bei der Steinmauer ja steine auf steine steine ach nicht er hat mich schon ey ich will jetzt nicht sagen aber diese Endless war jetzt schon dreimal oder viermal da das dürfen doch nebenbei doch gar nicht oder wie viele sind sie wie viele sind sie dürfen wir das überhaupt die ganze wieder hinrennen hat einer auf euch ach Skyver hat mich scheiße wenn mich einer sieht auf meine Position schießen meine Position schießen verdammt auf meine Position ihr seht mich neun wir sind unterwegs zur Unterstützung ja ja packt mich er hat mir meine Waffe weggenommen er packt mich jetzt ins Offroader scheiße 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 ich hätte wegrennen müssen ich bin im Auto versucht Skyver der ist im Offroader der fährt jetzt zur Dingsstation scheiße ich bin in einer der weißen Kuh-Busse drin oder was es ist ich bin in einer der weißen Kuh-Busse drin die erste Blatt-Granate die ich so richtig hatte steffen wenn ihr mich seht macht was blockiert ihm die Straße ja da am besten runtergehen jawoll der Heli ist noch da cool da runtergehen ja er ist einer vor mir also Fluchtmöglichkeit ist noch gegeben für euch blockiert den scheiß Bullen nicht nur einer da auf der Insel vor uns nein ich will nicht in den Knast gut könnte ich mal aufs Klo ganz sicher gehen aber Scheiße ich bin bei der Polizeistation schon ich bin bei der Polizeistation ja dann rechtfertige dich jetzt mal mach ich nicht ach gar nichts ach gar nichts Rapptors kannst du mich hören ja klar kannst du mich befreien also ich weiß auch nicht warum die mich festgenommen haben wer ist denn hier bei der Polizeistation noch was sagst du ich glaube das ist eine Verwechslung ich könnte von hinten hinten abkneiden ich hab die Orientierung verloren wo ich das gewollte Achter inwiefern sollte er seine Verwechslung sein wenn du bei den Banker oder auf der Bankkiste bist ja ich laufe in die richtige Richtung glaube ich ich wollte ey der holt mich nicht raus ich bin hier vorbeigefahren als ich Schüsse gehört hab ey Cooper ja na und ähm ja 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 die Geschichte kannst du dir mal erzählen ich kann dir Polizisten bei ihrer Arbeit nehmen boah flügt mal die Polizeistation der Skyver ist extrem nervös der holt mich nicht raus ich könnte ihn erschießen welch Skyver wenn du das kannst ey ich küsse den Arsch hm hm cobalder das können wir doch unter der Hand klären oder ne traurig kannst du mal runter gehen bitte äh 5 Millionen er steht hinter seinem Fahrzeug ey der hat so einen Schiss dass da noch einer ist alles andere ist mir zu heikel komm schau ey die haben das ganze Gebäude gesprengt ich glaub's nicht ey ja eben 26.000 mit Umkosten im Lebensfall ja der hat dem 6 Millionen der hat mit dem GMG drauf krass jetzt hat er mich raus er hat mich raus geholt verdammt er hat mich raus geholt ähm erklärt mich mal eben einer auf wie es bei euch steht wenn du kannst er schießt mich verdammt scheiße er schießt auf mich nicht auf ihn Waffe ist eh weg noch einmal ist der Bankkopf gescheitert oder danke ja danke Stevie hast was gut bei mir Leute ist der Bankkopf gescheitert oder nicht ja ja ich bin ja ja ich bin ich bin du kommst auch noch einmal hin Ja, ich bin schon und am Resseurem. Hey, du hast mich ab und mit dir auch schon. Ich bin ja nie mehr mehr. Ja. Wolleдуk? Ja. Es ist ja nicht immer mehr, wir können auch noch bald ein paar vertreten. Ich bin ja gut. Ja, das ist ja der Schubladen. Ja, weil jetzt... Die Rollen haben wir aber recht gemacht. Wir sind unterwegs. Ja, ich fühle aber schon die Passe. Ich fühle mich nicht in der Passe. Ich fühle mich nicht in der Passe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich fühle mich nicht. Ja, wir sind das auch. Ich weiß nicht, ich kann den Passe. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Super unten. Ja, der Eifel helft. Eifel helft. Gut, er kann nicht irgendwie raus. Kann nicht, er kann nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ey, guck mich mal ab. Zieh mir aus. So, Raptors. Das ist eine Verwecksführung. Hilfe. Zeige mal. Ich will einfach nicht... Ey, der Sau-Skin steht hier gerade, ey. Der Sau-Skin steht hier gerade, ey. Nächstes Mal bewirb... Bewirb dich aufs Kopf, einfach... Nee, nicht. Ah, okay. Ich höre nur auf die Reden. 162.000 soll ich zahlen. Hat eigentlich mein Hammett überlebt? Das hat gar nicht geklappt. Ja, der kann dich jetzt erschießen, dann bist du aber wenig frei. 15 Minuten. Hast du was gesehen, ob die Hammett überlebt haben oder das nicht explodiert? Ohne Witz. Wieso hab ich... Wieso hab ich Gamer-Sau getötet, hä? Was ist... Was hab ich denn gemacht? Auf Bullen geschossen. Ja Gott, will das nicht jeder machen. Geil, ich hab da... ich hab da Kane doch noch getötet. Wie geil ist das denn? Sag mal, wo kannst du denn das sehen? Ja, unter M, unter Statistik, siehst du's dann. Ja, ich bin ja sofort gestorben. Das war so langweilig. Ja, ich geh grad den... John Cooper... Ach, ja stimmt. Ach ja, scheiße. Der, der... Der, der mitgebracht hat, der war ja auch... Disconnected, da... Schick. Ach, ja. Aha. Lügt der Kane Disconnected, er hat recht'n Bock verloren, oder was? Ja, zwei mal hintereinander bankroten. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, aber jetzt kannst du die Disconnected nicht. Alter. Jawohl. Ja, das ist ja auch noch raus, ey. Ja, das ist ja immer zufrieden. Ja, gerne, ja. Ja, gerne, ja. Ja, bestimmt noch mehr hier im Knast, oder? Ja, ja, warte. Warte, warte, bis möglichst alle im Knast sind. Boah, wie viel Stevie heute schon getötet hat, ey. All, was ist das denn für'n Schütze? Ich hab' doch gar keinen getötet. In welchem Turm stehen sie denn immer? Ich wurde bei Stevie... Wen du schon getötet hast, ey. Keine Ahnung. Hier kann ein Polizist spawnen, weißt du, ja? Ich will ja nicht sagen, ich hab' niemanden getötet. Nein, ich seh' deine ganze Vergangenheit, solange du auf dem Server bist. Ja, voll wenig, oder? Ich hab' doch niemanden getötet, fast nie. Also, bei dir steht irgendwas, wer sagt, vier, zweimal Dash, zweimal Fabi zu einer Gamer, so, keine Ahnung was. Kann auch ein Fehler sein. Ja, bestimmt, weil ich eigentlich niemanden tötet. Aber danke für den finalen Rettungsschuss, ne? Das spart mir den Knast, denk' ich mal. Wir stehen hier schon in der Lenkknaste und warten. Die Hubschrauber steht doch schon... Die Hubschrauber steht im Knast. Ja, aber wartet mit dem Abflug, ne? Sonst, äh... Ja, ja, wir müssen das nicht... Ich hoffe nur, dass es hier kein völlig zu spawnt. Dann sind wir alle tot. Ja, die, wenn, wenn ihr, wenn ihr zu oft hinfahrt, kommen sie mit dem Ghosthawk, das ist das Problem. Das ist das Problem. Jetzt hab' ich mir ne MK18 gekauft, dachte ich mach' nochmal auf der Insel irgendwas, aber nein. Ja, nee. Wir müssen hier bohlen ja nicht so sehr. Ja, was ist? Ja, was ist? Ein Heli. Naja, nun nimmt mich jetzt nicht gefangen. Ich hab grad mit meinen Leuten zu tun, sorry. Don Cooper. Du hast jetzt dein Kumpel gerade erschlagen. Deine Info. Äh, Shop is safe, so. Ne? Du hast Info. Don Cooper, ich bin Bulle. Weg hier, komm. Ja, ich start' ja schon. Einsteigen. Oh, komm, komm. 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 Hey, wieso bin ich jetzt das... Nein! Was? Nein! Oh Gott, Alter, was ist da passiert? Äh, wie... Wie kann... Oh Gott, ey. Die haben einen Heli-Explosion gekauft. Wieso haben die uns getötet? Wieso haben die uns getötet? Wer hat euch getötet? Die haben... Die haben... Die haben... den Heli gerammt. Genau, so, dass wir nicht... Ja, mehr oder weniger, Alter. So, dass wir nicht hochkommen und dann sind wir hochgekommen und dann sind wir halt mehr oder weniger hin und zwei, ne? Seht's mal so, euch hat ein Bulli getötet, ihr habt eine New Life. Ich hab leider keins. New Life heißt vom Cop getötet, aber... Ja, du, ich wurde... Also, okay, ich wurde auch vom Cop getötet, aber... Ja, aber das ist ein Regelverstoß. Er darf ja nicht in unseren Hubschrauber rammen. Nee, er hat erst über unseren Hubschrauber, glaub ich, gekreist, so, dass wir nicht hoch konnten, eigentlich. Und wir sind hochgefahren. Auch wenn das vielleicht anders aussah und dadurch... Er ist hochgeflogen. Mich hat jemand aus dem Fahrzeug gezerrt. Ich war plötzlich außerhalb des Helis. Aber das war wahrscheinlich zum Moment der Exkursion. Das ist... Hä? Also nochmal, ich bin gestorben. Dann bin ich wieder aufgewacht, weil ich wahrscheinlich im Kranken... Ähm... Im Gefängnis gestorben... Kann man jemand mit dem Heli kommen und mich rausholen? Ich bin jetzt im Knast. Dummerweise. Ihr seid jetzt alle im Knast gespawnt. Ja, und dadurch klappt der Flamm mehr. Das ist wieder Hölle, ey. Jungs, ich muss mal grad paar Leute abholen. Fände ich jetzt übrigens nicht lustig mit meinem 3 Millionen Euro Dollar Heli, ja. Die Aktion. Ich werde auch... Ja, die Christa aber garantiert nicht wieder. Ja, deswegen ja. Wenn die meinen absichtlich rampt... Das ist regelmäßig. Ich hab das mit FRAPS aufgenommen. Kann ich mir ja mal reinziehen. Ja. Wer sagt das mit FRAPS? Wer ist denn das? Nein, ich hab nichts. Äh, RAPTOS. RAPTOS? Ja. Musst du einfach mal... Merk dir mal oder schreib dir mal auf. SAG INSIDE zusammen geschrieben. Da werde ich das Video wohl in den nächsten Tagen online stellen. Sag mal, was für ein FRAPS? Ja, sicher. Die machen uns die ganze Zeit fertig. Ich bin wieder tot. Wie geil. Weißt du, am Ende band mich noch der Admin, ja. Weil ich andauernd ausglocke im Gefängnis oder so, weißt du? Du stirbst ja nur. Warte mal ganz kurz. Ey, wie lang brennen die Helis? Ich muss mal ganz kurz da stumm machen. Warte abhauen. Ich geh mal eben in den anderen TeamSpeak Kanal und besprech das mal eben. Ja, mach das. Also was wollte ich auch gar nicht sagen. Äh, wer... was waren das eigentlich? Wer hatten den... den Heli ähm... geflogen von den Cops? Wer waren das? wisst ihr das noch, war das Tara? ja, kann ich hier nicht sagen hier stirbst du wieder ja, ja, instand, dreimal steve, weißt du, wer den Heli geflogen hat? oder Nesias? was, welchen Heli? na, den von dem Polizisten John Cooper, der ist mitgestorben drück mal die Chat-Taste und dann Bild oben nach unten dann könnt ihr nachscrollen nochmal John Cooper, ja, es gibt zwei zwei Coopers aber Skywer ist auch Endless Tara, ach nee, das war der nicht, Entschuldigung Moment, nee, das waren mehrere ich hab hier Cooper, Endless Tara Skywer jetzt als tot ich vermute mal, dass der das war ok, aber ganz kurz guck dir mal bitte das Video nochmal an und sag mir oft, wie oft Endless getötet worden ist weil mir kam es vor, als wäre der dreimal verreckt und viermal wiedergekommen also einmal hab ich ihn getötet Cooper ebenfalls und Cooper ist auch wiedergekommen also, sie dürfen so lange respawn bis es zwölfmal Person da gewesen ist so hab ich's verstanden ja, so hab ich's auch verstanden aber das waren mehr als zwölf, denk ich mal ja, wenn sie mehr sind dann gibt's ja dann ist es nicht mehr in Ordnung so, ich komm gleich zum wie mehr als zwölfmal darf aber nicht jeder sondern alle zusammen sparen ja, alle zusammen ja, genau, alles zusammen ja, ich find jetzt mal alles, was ich hier so ruckischwer ich hab 210.000 gefunden ja, das ist ja dein Heal ja, im, im, äh, im Gefängnis von Bohlen ja, das war das aber das sieht den Heal